Hallo Basket-Fans, es ist mein Alexis. Morgen haben wir ein Debut-Spiel gegen Iserlohn. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns und unsere Saison. Wir hoffen, dass wir ihn sehen können auf unserem Livestream. 19.30 Uhr habe ich einfach acht. Und ja, sehen wir uns bald. Danke. 23.30 Uhr 23.30 Uhr 26.30 Uhr 24.30 Uhr